Wenn er mal nicht mit aufnimmt. Dann werde ich sie alles in mein Inventar lassen. Gut, dann nehme ich einfach deine Maschinen mit und setze sie alle genauso zu mir hin. Mit der Portal ganz so mit G. Also kann man eigentlich auch die Maschinen umstellen. Damit kannst du alles umstellen. Vor allem auch bei Bücherregalen oder bei Glas ist es zum Beispiel sinnvoll. Weil die gehen ja kaputt, wenn man die abbaut. Kevin ist gerade da. Willst du mit... Willst du mit mir Drogen nehmen? Hey, wake up. Dann wird es rote Rosen regnen. Kevin stupst mich an. Doch ich stupse ihn nicht zurück an, weil das macht Burak, Jo, Mann. Ich stupse ihn nicht zurück an. Hm. Akkreativer Typ. Buddy was moved to your channel. Hallo Kevin. Hallo Kevin. Einfach auf... Einfach auf den Server joinen. Alles klar. Aber haut Kevin mehr sagen, ne? Macht das... Plaster Stein. Macht das eigentlich Sinn jedes Mal, wenn jemand fehlt, Minecraft aufzunehmen? Ja. Ähm, just saying. Adi hast dich auch besinnt. Ich hab gesagt, dass es... Adi, du hast dich auch besinnt, hab ich gesagt. Ich hab mich nicht besinnt. Doch. Jetzt wird auch aufgenommen, wenn Adi nicht da ist. Oder wenn mal ich nicht da bin. Oder wenn du nicht da bist. Oder wenn... Ne, wenn David nicht da ist. Und wenn ihr alle nicht da seid, werd ich auch aufnehmen. Okay. Werd einfach mal einen Singleplayer daraus machen. Okay. Ne, Kevin Cloud einfach da, das Projekt. Ey, ich hab schon wieder nix zu essen. Ganz ehrlich, mach der endlich mal eine Farm. Das kann nicht sein, dass du immer auf Essen zu schnorren willst. Ja. Das ist das Erste, was man macht. Wir sollten jetzt aber echt regeln, dass wir immer zusammen aufnehmen. Das ist doch ein bisschen komisch, wenn das immer dann zu dritt... Ist es nicht. Jetzt haben wir letztes Projekt auch gemacht. Ja, und es war komisch. War es nicht. Natürlich. Sonst wär das Projekt nie gekommen. War die ersten 50 Parts dabei und dann halt nicht mehr. Ja, sonst wär das Projekt ja nie wieder gekommen, wenn er keinen Bock drauf hat, oder? Aber trotzdem ist das dämlich. Nee. Ja, das Ding ist, Ali war halt mal so die Hälfte nicht da. I'm just saying. Ja, und jetzt ist er's. Ja, war ich doch der Einzige, der sich damit richtig gut auskennt. Tja. Siehst du, das hätten wir wenigstens hier bei... Besser machen können. Ja, nimmt der mit auf. War es halt nicht erreichbar, Kevin. Tut mir leid. Ach, dann take him the sick. Wow. War es einmal. Ein Kupfer gefunden, Jungs. Wow. Ja. Da kannst du nicht mal ein Kabel herstellen. Schon so. Doch. Nee. Nein. Nicht mehr, wenn das... Nicht mehr mit dem Merchant. Merchant? Mercerizer. Mercer... Mercer... Wir könnten ja die Quarry zusammen aufbauen. So, ich glaub das reicht am Stein. Machen wir uns den Weg nach draußen. 100 Meter nach oben buddeln. Ich hab sieben Diamanten, ich brauch zwölf. Geh mal zum Paulaner Garten. Mach das. Aber... Es ist noch zu früh, Kevin. Es gibt noch kein Bier. Gibt es überhaupt das? Was? Was? Was heißt... Das ist Zinn, Alter. Für Zinn mach ich alles. Aber es wär echt cool, wenn man so eine Brauerei bauen könnte. Es wär richtig... Hallo, wo sind hier die Bänke und so? Wo kann man sich hier hinsetzen? Also... Wie gesagt, der Paulaner Garten sind nicht fertig. Also... Nee, ich bin enttäuscht. Hier werd ich mein Bier nicht saufen. Nee. Du wärst aber auch nirgends anders. Dein Bier... Wieso ist es hier so dunkel? Doch. Meinem Kolosseum. Nein, nein. In deinem Kephoseum hab ich doch gesagt, man... Du hast hier nichts zu bestimmen! Du hast hier nichts zu bestimmen! Burak adiert jemand von euch grad in der Oberfläche? Nope. Kann man die ganzen... Ist hat jemand von euch ne Portalgun irgendwo rumliegen? Ich würd gern meinen... Jop. Gut, dann hol die Merk schnell. Ah, ne doch nicht. Ich hab sie nicht... Ich hab beide in meinem Inventar. Ah, sagt mir, wenn jemand von euch draußen ist, dann möchte ich meine Maschinen nach unten umsetzen. Weil ich... Die gehen doch sonst kaputt, wenn man die abbaut. Ja, echt? Nein. Doch. Die gehen kaputt. Echt? Ja. Lol. Irgendwelche Dinger gehen kaputt, dann brauchen wir irgendwelche... Ah, das ist voll scheiße. Yay. Gut. Xperia Level 40. Dann... Krass, Digga. Brauchen wir noch mehr von dem Zeug? Oh... Ich betrachte grad... mein Kevhoseum. Ne, Kev... Was? Mein Kolosseum, mein Gott. Halt mit Kev noch dahinter. Das war ein bisschen dumm. Ein dramatisches Kolosseum mit Kev dahinter. So. Wunderschön aus. Oh, warum gibt's hier so viel Lava, Mann? Runtergeflogen. Ich hab grad gedacht, was... Kev müsste mal mit Facecam aufnehmen... Ich hab ja so abspackt so... Ich hab ja so abspackt so... Oh, das wollt ihr doch. Das... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Bin halt so richtig sexy drauf. Auf jeden Fall. Geil. Das stimmte mir sogar zu, liebe Zuschauer. Ihr wahrscheinlich auch. Wir haben dich in aller Pracht gesehen, Kevin. Ja, nackt. Von unten. Ja, von allen Perspektiven, die möglich sind. Geil. Sogar von... Hinten. Und von innen. Oha! Von hinten. Ja. Einfach so ne Minikamera in den Arsch gesteckt und... Das wird das ja echt ein bisschen... Erotisch. Boah! Boah! 18 plus, meine... 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 18 plus, ja. Okay, so richtig guter... Oh mein Gott, echt? Auktionator oder so ein Typ, der immer diese Sachen da verkauft. Ich hab nix draußen! 18 plus, meine Freunde. 18 plus, wer bietet mehr? Richtiger Burak, echt. Du bist ein richtiger Burak, Mann. Süße. Man kann Spinneneier... Äh... Augen essen. Oh fuck, jetzt bin ich wirklich am Verrecken. Bin ich geil. Burak, ich glaub, in diesem Projekt bist du der... Der am meisten verreckt, oder? Ja, momentan schon. Ja, also... Shame on you! Ne, obwohl du deine scheiß Rüstung hast und ich nicht. David, bitte, bitte gib mir was zu essen. Ja... Oh, Creeper! Warte. Der springt einfach von da oben runter. Oh, jetzt ist ne Spinne in meinem Kuhgehege, Alter. Verpiss dich. Ich komm zu dir, David. Ihr habt echt Probleme. Hm. Und hier, nochmal... Verdeutlichen. Geh weg. Geh weg. So. Ich brate dir schnell ein bisschen Fleisch durch, Burak. Ja, ich komm mal schon mal zu dir. Gut, nehm die Portalgun mit, dann kann ich gleich die Linger versetzen. Mann. So. Mann. Mann. Okay. Okay, dann... Mach jetzt nicht mal ein richtiger Aufgang, Alter. Wo denn? Ja, bei deinem Scheiß zu Hause, Mann. Natürlich. Man kommt da nicht mal rüber. Alter, und wie man da rüberkommt. Guck mal, hier ist doch dieser Aufgang, Alter. Bist du blöd? Wo bist du denn, Alter, Mann? Wow, ich pack schon wieder in der Erde rum. Burak, wo bist du denn? OMG, da ist ein Creeper, da ist ein Creeper. Hier, geil. Ja, hier, ich bin hinter dir. Dann fick ihn doch. Ich seh dich nicht. Hallo. Oh shit. Oh shit. Den bist so dumm, einfach. Oh damn it. Ich hab grad niemanden gesehen, Alter. Oh shit. Alter, bist du da? Burak siehst du hier nicht diesen Aufgang hier? Doch, aber da kommt man von der Seite von Kevin und von mir und von Adi nicht drüber auf. Natürlich, da ist doch Kevin, Alter. Jetzt ist mein Scheiß kaputt. Guck mal, guck mal, Burak, komm mal mit. Ja, ist gut. Nein, komm jetzt mit. Burak, komm mal mit. Guck mal hier. Nee, jetzt reicht mir. Guck mal, hier ist ne Treppe, die geht hier hoch. Hier links geht's zu Kevin hoch. Und da rechts... Töt deine Kühe. Nein, töt sie nicht. Ich hab doch schon Essen für dich. Komm mit. Mach deinen Scheiß Portal weg, Alter. Du tötest dich eh nur wieder selber. Schill doch mal. Nee, Adi. Jetzt reicht's. Boah. 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 Boah, woah, woah, woah. Schrei doch nicht so rum. Deine Stimme will echt niemand sagen. Werf mein Portal da rüber... Junge, ich brauch deine scheiß Augen nicht. Oh ja. Da hätt' ich deine Stimme, ne, ich würde nie wieder ein Wörtchen sagen. da macht es nach der unten okay und wohin man lassen wir kurz überlegen man kann die dinge nicht drehen kann man kann man was kann man abbauen mit der spitzhacke kann man ofen abbauen man kann generator abbauen das ist auf jeden fall klar und meserator extrakt er weiß ich auch nicht solarpanel nein weiß ich nicht weiß ich nicht okay jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht egal wo ich es egal ich habe sie schon kaputt gemacht da sind deine kabel inventars voll ja ich gehe jetzt wieder ja ich gehe jetzt wieder jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht ja ich brauche es neuer und nicht denken wir mal hier ein bisschen die erde ab die brauchen wir nicht gefährlich meine freunde gefährlich gefährlich gut dann bauen wir hier das weiter müssen wir so außenrum bauen da machen wir Prozent so Prozent wo scheiß doch in Kastorby und ich weiß aber gar nicht so gut ist ja gut wenn wir in der Gäste kommen und von mir ist es kennen kann schon ich bin bei sagt immer das gleiche immer buchten irgendwas Alter, du Hure. Ich sag doch nicht die ganze Tore, du Hure. Das ist ja hier sowas aus, halt. Haben wir noch ruhig, du Entschuldigung. Komm her. Mit was? Scheiß Skelett, Alter. Hier, du Missgeburt. Ja, und du sagst immer Missgeburt. Aber du sagst immer so verwurte irgendwas. Du sagst immer Missgebürtige. Ich sag nicht Missgebürtige. Natürlich, immer. Was für Diskussionen sind. Habe ich deshalb noch grad so gedacht, David. Gefragt bin dann. Oh, ich hab 10 gefunden, Burak. Nice. Wie jetzt? Wow. Bin ich auch schon wieder zuhause. Ich bin nicht gefährlich hier. Burak lebt gefährlich, richtig krass. Er lebt gefährlich, der Geist. Sag Burak, Alter. Diamond Kisten können nicht kaputt gehen, gell? Doch. Bein Creeper daneben explodiert? Ja. Alles kann kaputt gehen. Die haben nur viel, 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 sind aber viel, viel größer. Gibt auch keine Doppel Diamond Kisten. Gibt immer nur einzelne. Der mit einzelnen viel. Oh, jetzt hab ich gar nicht viel. Kohle das verbraucht. Ich brauch die Dinger noch gar nicht so viele. Ach, egal. Scheiß drauf. Ich bin fast fertig mit meiner Hütte. Bin fast fertig mit meiner Hütte. Fast. Äh gut, eigentlich nicht. Bist du doch mit Kevin ohne Frage. Ne, ich hab mir grad überlegt, noch ein paar andere Sachen nachzubauen. Okay. Find ich gut. Find ich auch gut. Unterstütz ich. Ja, jetzt hab ich ein bisschen viel von diesem ganzen scheiß kleinen Dingern da, die ich nicht brauch. Na egal. Da, ich geh jetzt mal wieder zurück in die Höhle. Zack. Mehr abbauen. So. Burak, der Nöte will ich auch nochmal besuchen. In den nächsten 10 Minuten. Ja, dann sag mir Bescheid, dann werfe ich den Portal runter. Ja, okay. Und so. Scheiße. Und dann haben wir, glaub ich, überall hin gemacht. Und da fehlt hier noch was. Ne, hier ist auch alles. Gut, dann können wir das in die Kiste zurück tun. Ah, die ist voll. Puh. Nice, alter. Zack, hab ich da Kupfer gefunden, oder? Ne, ist ne Turbine, brauch ich nicht. Mit ner Ranch baut man das ab, oder? Jupp. Na what? Mit ner, was für einer? Mit ner normalen? Mit ner normalen. Egal. Baut man aus Bronze, alter. Ich hab nicht mal Bronze. Hat jemand für euch Bronze? Stellst du aus Zinn, äh, drei, drei Kupfern ein Zinn her? Oder drei Zinn-Ei-Kupfer? Ah, die hat den Durchblick. Oh ja. Warte mal. Hat der. Den X-Ray. Kupfer-Bahn. Alles was du willst. Kupfer. Kupfer. Ja, aber so viel brauchen wir ja nicht. Wir brauchen nur ein Zinn. Ah ne, wir brauchen ja. Doch, das sind vier. Eins, zwei, drei, vier. Ah, dann brauchen wir noch eins. Ja, okay. Und wieviel braucht man dafür? Drei. Hast du einfach noch? Brauchen wir sechs Stück von denen. Dann machen wir noch einen Zinn. Und dann noch einen Kupfer. Ja. Boah, Alter, das ist so gefährlich, was ich da immer machen muss. Dann müssen wir die Maschinen da unten wieder bauen. Die wir hier kaputt gemacht haben. Schocken wir dann da einfach wieder hin. Die kommen dann wahrscheinlich irgendwo hier so hin, würde ich mal sagen. Oder ne, ich glaub die mach ich hier hin. Dann sind sie näher am Solarpanel, was ich dann da draußen hinstellen werde. Adi, wieviel Kupfer hast du schon gefunden? Dann... So. Ich hab ziemlich viel Kupfer. Null. Ich hab richtig viel Kupfer. Ich hab nicht ein einziges bisschen Kupfer. Ich auch nicht. Ich find die ganze Zeit nur Eisen. David, wenn du so viel Kupfer hast, kannst du ja was abgeben. Nee, geb ich nicht. So. Boah, war das knapp. Nö, war's gar nicht. Boah, Kupfer findet man n bisschen höher. Hä, Boah? Was ist das für mich? Findest du nicht bei mir? Bei mir ist gerade ein Creeper da gewesen. Ich hab ihn gekillt und du hast gesagt, war das knapp. Nein, nein, nicht bei dir. Ich weiß, dass du es nicht bei mir gemeint hast. Hehehe. Hehehe. Oh, ne. Zu geil. Nachos. Was bringen eigentlich diese Iron, äh, diese Wooden Tees? T-I-E, Wooden T-I-E. Irgendwie gar nichts kann das sein. Das finde ich die ganze Zeit. Kann man mit Benzin herstellen? Kannst du keiner vom Notfallgenerator hin machen? Dann können wir eine elektrische Funanze. Funanze? Krass. Krass, Digga. Krass. Gut, dann bauen wir jetzt mal wieder den Meserator. Meserator. Ok. Also brauchen wir einen Electronics Circle. Ah, diese Scheiße. Rubine. Nimm ich einfach mal mit. Miskibur, du musst jetzt hier sterben. Job. Hab schon wieder zwei Crowbars gefunden. Uranium Ohr und Iron in Gods. Ich bin grad fast in die Lava gefallen und gestorben. Drei, glaube ich. Obdach, ich find zwei Crowbars. Ja, ich weiß nicht. Aber ich kann sein, dass jemand gleich zu dir reinkommt. Arigai, du musst es mir nicht immer sagen. Ich hör das selber. Ist dir bewusst? Ja, ich weiß ja nicht. Nicht, dass jemand auf die anderen lacht. Ja, du weißt vieles nicht. Eigentlich alles. Toll, du... Oha. Oha. Boah. Hauptsache ich hab keine Fackeln mehr. Wtf. Wieder Holz sammeln. Ah, das hab ich auch vorhin gemacht. Ja. Ein wahrer Mann braucht keine Fackeln. Sooo... Da haben wir noch was. Geil! Sieht sehr vielversprechend hier aus. Ich muss hier einfach mein Portal setzen und wieder zurück gehen. So chillig, wenn man einfach so Boxen-Stops machen kann. Einfach mal wieder backgeben im Portal. Komm mal wieder her. Ja. Krass. Adios, amigos. Gut, wie viele brauchen wir? Vier, gell? So ging das. vier von denen ist ein dahin 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 oder kommt ja so dann messe weiter drei feuersteine 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 haben wir keine dann müssen wir uns welche holen schnell einen haben wir